Die MFG ist mit Impfpanikthemen und harter Corona-Politik, Anti-Corona-Politik angetreten. Wenn man sich anschaut, welche Beiträge auch auf Social Media stark wahrgenommen worden sind, dann ist es dieses harte Kritiküben an den Maßnahmen der Regierung auch durchaus kritisch bis falsch über die Impfung und ihre Folgen zu berichten. Das heißt, diese Partei ist im Protestlager vorhanden und ich muss sagen, zum Teil werden auch falsche Inhalte von ihr verbreitet. Da wird zum Beispiel von einer großen Anzahl von Toten aufgrund der Impfung fälschlicherweise gesprochen. Man muss fragen, warum sind die erfolgreich? Man sieht, dass eine Partei gewählt werden kann, die de facto in klassischen Medien nahezu nicht vorkommt. Das heißt, ihr Volk baut auf Facebook auf und auf dem Anti-Corona-Klima in manchen Gruppen dort. Wenn die Pandemie wirklich vorbei ist, naja, dann wird das extrem schwierig. Dann brauchen sie ein neues Aufreger-Thema und sie müssen sich neu erfinden. Also da habe ich größte Zweifel, ob diese Partei eine Zukunft hat, aber wir sehen, Überraschungen sind immer möglich. International gibt es immer wieder Versuche, dass Parteien mit harter Corona-Kritik wo einziehen. Aber das klappt nicht immer. Zum Beispiel in Deutschland ist die Basis jetzt gescheitert. Die waren auch so eine Protestpartei. Ich glaube, in Österreich ist eine Besonderheit, dass Oberösterreich eine besonders niedrige Impfquote hat. Und ich schon davon ausgehen würde, dass in einem Land, wo Impfungen anscheinend weniger populär sind als anderswo, eine solche Partei leichter Fuß fassen kann.